Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem 4. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 949. Heute haben wir die folgenden Themen für euch. Instagram, Spotify, Android TV, AVM, Porsche und HomePod Mini. Ich beginne gleich mit Instagram. Wir hatten vor kurzem im grossen Geek Talk in einem Interviewformat dem Kevin Keyboards zu Gast, der uns ein bisschen was zu seiner Geschichte, die er mit einem Instagram-Hacker erarbeitet hat, zum Anhören drin gehabt. Falls ihr den noch nicht gehört habt und auch auf Instagram unterwegs seid, unbedingt mal reinhören. Ist auf jeden Fall spannend zu wissen, wie das Ganze da so funktioniert und was man nicht tun sollte etc. Und in der Folge kam unter anderem eben auch vor, dass man auf Backups zurückgreifen kann, wenn ein Konto gehackt wurde etc. Deshalb hat anscheinend Instagram einen 30-Tage-Rhythmus, wo sie Bilder, Videos, Instagram-Reels und Stories aufbewahren für euch. Somit, wer mal was gelöscht hat, muss nicht meinen, dass es gelöscht ist, denn es ist da noch in dieser 30-Tage-Geschichte drin. Ist in dem Fall von einem Hack sicherlich nicht uninteressant. Bei anderen Geschichten kann es dann schon spezieller werden. Da sollte man ein bisschen genauer drauf schauen. Aber auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, über Einstellungen Konto vor kurzem gelöscht, eben auf solche Bilder, Reels, Stories etc. zurückzugreifen. Dann geht es weiter mit Spotify. Die haben jetzt auch ihre Zahlen rausgehauen, wie allvierteljährlich die ganzen Quartalszahlen halt so rauskommen. Und da sind folgende Zahlen prognostiziert worden. 155 Millionen Premium-Kunden und 345 Millionen aktive Nutzer. Also nach wie vor gibt es mehr aktive Nutzer, heisst solche, die nicht bezahlen und dafür Werbung bekommen. Im Gegensatz zu den Zahlen. Es ging überall nach oben, lässt aber nicht darüber hinwegtäuschen. Oder gehen wir vor, noch weiter 60 Millionen Songs, 2,2 Millionen Podcasts, davon 50.000 deutschsprachige Formate. Vor allem im Bereich der Podcasts hat sich das Ganze im Vergleich zum letzten Jahr knapp verdoppelt. Alles, alles klingt toll, aber man muss auch wissen, sie schreiben nach wie vor Verlust. Und das ist 69 Millionen Dollar, welche sie im letzten Quartal haben Verlust aufschreiben müssen. Und das ist natürlich nicht so toll. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das dann mit der Podcast- und Werbungsgeschichte in diesem Jahr geben wird. Wer ein Android-TV hat und viel Glück, der könnte nächstens ein Update bekommen, dann schaut dann euer Android-TV bald so aus, wie ein Google-TV oder Google-Chromecast-TV mit Google-Dings-Bones. Ich werde verlinken mein Video dazu. Grundsätzlich wird dann die Oberfläche in drei Hauptbereiche unterteilt. Home, Discover und Apps. Und wie gesagt, wenn das interessiert, schaut euch mein Video zum Stick an. Da könnt ihr die Oberfläche schon mal ein bisschen anschauen. Das Hause AVM bringt immer wieder mal Laborversionen für neuere und ältere Geräte. Und aktuell testen sie das neueste Fritz OS 7.24 mit einem doch älteren Produkt, nämlich einem reinen Router-Produkt, dem Fritzbox 4040. Ich muss meine wieder mal auspacken. Da bekommt man die neuesten Funktionen und Möglichkeiten schon mal vorab zum Testen. Darunter fallen vor allem Geräte-Priorisierung für ungestörtes Arbeiten im Homeoffice und so weiter und so fort. Klingt interessant. Man könnte natürlich auch die Spielkonsole priorisieren und ja, mal schauen, was dann der Papa oder die Mama sagt, wenn sie im Homeoffice-Büro arbeiten müssen. Dass Apple an einem Auto arbeitet oder an Möglichkeiten an Software für Autos etc., das Gerücht, das gibt es ja schon lange. Projekt Titan hat man ja auch schon von offiziellen Seiten bestätigt, dass da irgendwas am Tun ist. Und immer wieder gibt es neue Geschichten wie vor kurzem das mit Kia, der Autohersteller, wo Apple sich da an der Fertigungshalle beteiligt hat. Und oder irgendwie, da gibt es wie gesagt viele Gerüchte. Das neueste rundherum noch nicht bestätigte ist eine Abwerbung und das soll dieses Mal von Porsche ganz oben passiert sein. Porsche-Ingenieur, der den Namen trägt, ich finde ihn jetzt nicht, spielt aber wahrscheinlich Manfred Harrer, genau jetzt habe ich ihn, der soll anscheinend abgeworben sein. Dürfen wir wahrscheinlich dann irgendwann mal erfahren, wenn es dann soweit ist oder er in seinem LinkedIn-Profil auch die Änderung bekannt geben darf. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Hinweis auf das neueste Video im Poughkeepsie-Network. Ich habe endlich meinen HomePod Mini und dazu habe ich ein kleines Unboxing- und Konfigurationsvideo gemacht. Wer mag, gerne reinschauen, teilen und so weiter. Ich freue mich immer über Rückmeldungen, Feedback etc. von euch. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören, euch noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.